Seit uralten Zeiten haben verschiedene Wandervölker die Gebiete des heutigen Polens bewohnt. Seit dem Paläolithikum durchkreuzten unsere Gebiete Jäger, die Rentiere jagten. Als das Klima wärmer wurde, sind neue Bewohner erschienen. Trapper und Sammler, die sich davon ernährten, was sie in den Wäldern und in fischreichen Seen und Flüssen fanden. Das meist bekannte Denkmal der Lausitzer Kultur, die in die Epoche der Bronze fiel, war die Siedlung in Biskopi. Der Untergang dieser Kultur erfolgte um die Jahrhundertwende vom 5. zum 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Die Ursache waren wahrscheinlich verheerende Einfälle von sköthischen Nomaden, die die Steppen am Schwarzen Meer bewohnten. In der Mitte des 4. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung entstanden auf unserem Gebiet Enklaven der Latener Kultur, die auch Keltenkultur genannt wurde. Mit der Einwanderung der Kelten erfolgte auf unseren Gebieten eine rasche Zivilisationsentwicklung. Im 1. Jahrhundert verschwand auf unserem Boden die Keltenkultur und die Kelten vermischten sich mit der einheimischen Bevölkerung. Am Anfang des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung kamen aus Skandinavien Goten und Gebieten, die das Gebiet des heutigen Danziger Pomerans einnahmen. Das interessanteste Erbe ihres Aufenthalts auf unserem Boden sind steinerne Kreise in Odry und Venchory. Es sind Friedhöfe und Kultstätten in Form von kreisförmig gelegten Steinen. Auf die Gebiete des historischen Ostpreußens kamen Urbalken und auf die Gebiete der großen masurischen Seen die Galinder. Isagos II. Herrscher des heutigen Galindiens, des auf dem Gebiet der großen masurischen Seen gelegenen historischen Landes. Wir setzen das fort, was unsere Vorahnen seit dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung angefangen haben. Die Zivilisation, die 2000 Jahre überstanden hat, ist bereits interessant an sich. Und hier haben wir es noch mit einem Vorrat an Erfahrungen, eigenen Überlegungen, Sitten und Gebräuchen zu tun. Sowie mit der ganzen Magie der Westbalken. Es gab hier elf Stämme, aber die spezifische ethnografische, sprachliche und sittliche Eigenart bildeten die Sudaua. Unsere Nachbarn nördlich des Sperdingssees und die Galinder. Ihre Söhne, laut Zeitgeschehen, das sich in dieser Periode abspielte, sind die Bartener. Ein Stamm, der nicht weit von Galindien ansässig war, und deren Urenkel, die Sassen. Diese haben das Gebiet zwischen Neidenburg und Osterode eingenommen. Die ersten Erwähnungen über die Galinder erschienen am Anfang der neuen Zeitrechnung. Römischer Chronist Ptolemäus nennt diesen Stamm beim Namen Galindai und bestimmt die Lage des Gebiets, das sie einnahmen. Er erwähnt auch noch die Sudaua, indem er den Namen Sudowai benutzt. Spätere Notizen sind Beschreibungen der Eroberung dieses Landes durch den deutschen Ritterorden und noch der Zug von Wulstan, der das Gebiet der südlichen Ostsee besuchte und in seinen Chroniken erwähnte. Heute finden wir hier materielle Belege des Aufenthaltes von unseren Urahnen. Die Archäologen entdecken immer wieder Burgen und Refugien, wo sich die Galinder vor Überfällen der feindlichen Stämme wehrten. Vor 40 Millionen Jahren bescherte der Herrscher des Weltalls unser Land der Galinder mit einem geheimnisvollen Erz, dem sonnigen Bernstein. Diese Erztränen unserer Bäume fielen in die Tiefe der Seen und wurden für immer fest. In ihnen ist die Magie und die Sonnenenergie verzaubert. Sie sind es, die über diese abgelegene Zeit berichten, aber ihre Kraft und Energie wird bis heute genutzt. Indem wir Schmuck, der unsere Seele und Sehkraft teilt, sowie den bis heute genutzten Weihrauch daraus machen. Zusätzlich wird dieser mit allen Tönen glänzende Bernstein, Janta, Gläsum, Amber in wunderschöne Schmucksachen verwandelt. Durch die Bernsteinstraße kamen wir nach Europa, in die Welt, die für unser geheimnisvolles Land Interesse zeigte und sagte, dass es am Ende des Bekannten und des Unbekannten ist, Galindai. Galindien ist ein Land unserer inneren Freiheit, und beschützt auch den Ort, das Haus, also diese Galindar Wälder, diese großen Seen, unsere Mutter Erde, die sie jahrhundertelang ernährt hat. Vier Elemente und nicht irgendwelche Götterstatuen, dies ist das Wesen der Sache. Die Galindar verehrten die vier Elemente und ihre Vorahnen. Heute können wir das nicht. Es scheint uns, dass wir die Elemente besiegt haben, aber sie fangen langsam an, uns ihre Krallen zu zeigen. Es scheint uns, dass wir das Wissen und Erfahrung unserer Väter, Großväter und Urgroßväter nicht mehr brauchen. Aber das erweist sich auch als trügerisch. Denn diese Wahrheiten, die sich aus den jahrhundertelangen Erfahrungen ergeben, bewahrheiten sich sogar unter neuen Umständen, die die Zivilisation bildet. Du, mutiger Galindar, gehst jetzt in das Land unserer Urgroßväter. Es mögen Dich unsere vier Elemente begleiten. Das Element Feuer, das Element Luft. Das Wasser möge Deine Schläfen abwaschen und es möge Dich auf seinen Flügeln unser Beschützer, der Wind Oris, tragen. Von nach intercept. Eris! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gönninger! Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Keule, das Symbol der Galinda, wurde, wie im Griff benannt, im Jahre 1994 zum ersten Mal bei einem Galinda-Überfall wirksam genutzt. Einst waren wir die Wegbereiter der Raubüberfälle auf klassische Weise. Jetzt ist es in vielen anderen Bereichen vervielfältigt worden. Nicht demütige auf den Scheiterhaufen, ein Teil in den Steinbruch, unterernährte Ernähren, in den Wagen, mir nach. Wir öffnen die Augen und sehen, was noch von Ihnen ist. Denn was gibt es Schöneres als unsere Halbinsel? Am nördlichen Ende gibt es die herrliche Mündung des jungfräulichen Flusses Crutina, wo Wildvögel und Tiere zur Tränke gehen. Hier können wir noch diesen Urwald von Galindien berühren. Galindien entwickelt sich. Unsere Halbinsel an der Mündung der Crutina nimmt circa 20 Hektar ein. Hier haben wir auf 17 Hektar ein lebendiges Freilichmuseum, lebendiges Land der Galinda und können zwei Stunden lang durch die 2000 Jahre alte Geschichte dieser Stämme, 2000 Jahre ihres Zeitgeschehens spazieren. Wir machen das immer auf eine lustige Art und Weise und dies ist eben unser Wahrzeichen. Man kann viele Informationen vermitteln, indem man die Teilnehmer aktiv engagiert, nicht nur zum Hören und Betrachten, sondern zum Erleben von Galindien auf eine individuelle Art und Weise. Ich halte rüstig das Symbol dieser Galindermacht, die Keule, die eben Ptolemaeus am Anfang der Neuen Ära erwähnte. Oh, es ist lecker! Die Galinder bedienen sich einer seltsamen Waffe. Sie ist schlicht und wirkungsvoll. Manch ein Kopf wurde bereits durch diese Keule berührt. Und dieser abstehende Astansatz erreicht mit einer besonderen Vorliebe bis in das verschlossene dritte Auge unserer Politiker. Amor! Es ist, wie man sieht, eine therapeutische Veranstaltung. Denn als Schamane, Diplomarzt, habe ich die erforderlichen Kompetenzen und die Erfahrung. Als Häuptling gebe ich das Signal. Wer seine Männlichkeit bewahren und die Tiefe seiner Persönlichkeit entwickeln möchte, dem führen alle Wege nach Galindien. Damit noch nicht genug. Alle Wege kehren nach Galindien zurück. Was wir besonders nett finden, denn nach einigen Jahren kommen die Gäste noch einmal hierher und erinnern sich an die Momente, die sich tief in ihrem Unterbewusstsein verankert haben. Es gibt in Galindien eigenartige Stellen, unter anderem diesen Kreis. Es ist ein von Spezialisten untersuchter Chakram unserer Erde. Hier sehen wir mit bloßem Auge, wie die Bäume, die in der Umgebung wachsen, reagieren. Sie laufen auf die Stelle zu, zu diesem Pfahl, der im Zentrum dieser Kraft steckt. Obwohl es die nördliche Richtung ist. Die Äste sind viermal dicker gewachsen im Verhältnis zu denen im Süden. Denn diese Energie ist für sie die magische Kraft, nach der sie streben. Eine natürliche Illustration dieser Idee der Harmonie ist dieses Naturwunder. Aus einer Wurzel im zentralen Platz des Heiligen Heinz unseres Galindiens wächst die Erle, ein Energiewampir. Und der Spender der positiven Energien und der Nähesäfte, die Birke. Aus einer Wurzel. Es ist eben das Symbol der dynamischen Harmonie, der Gegensatzelemente und der Energie. Isegus II. Warum der II.? Es gab den I. Dieser erste Isegus war der Herrscher der Galinda, der im Jahre 1008 die Taufe aus den Händen des heiligen Brunos entgegennahm. Er sah voraus, was diesen Stämmen in 300 Jahren zuteil wird. Wären ihm andere Häuptlinge gefolgt, wäre das Schicksal dieser Gebiete wahrscheinlich anders verlaufen. Hier, am Ufer des Bälternsees, spielt sich das Leben der Galinda von heute ab. Hier bringt jeder Tag neue Ideen mit sich, bildet neue Probleme, die wir überwinden müssen, um den nächsten Generationen das zu hinterlassen, was zeitlos ist. Die Schönheit dieses Landes. Möge das saubere Wasser, das Rauschen der Wellen, unsere Urenkel besänftigen. Möge sie im Smoke der Dezibels die Stille umgeben und möge ihnen der Moment der Nachdenklichkeit bei diesen Skulpturen, die ich geschaffen habe, erlauben, sich zu finden. Ihnen helfen, das eigene Galindien zu finden. Denn in jedem von Ihnen, in jedem von uns, ist Galindien. Nur kann es nicht jeder finden. Sucht nach Galindien. Sucht nach Galindien. Whoja! Von der Zeit! Oder wie das Haus? Ich habe die Stille. Ich habe die Stille. Und ich habe den Schatten. Ich habe den Schatten. Immer obrigado. Es gibt den Schatten. Ich habe den Schatten. Dothy! Vielen Dank.